Guten Tag! Zurück kann ich wieder gehen. Ich habe jetzt ernst gemacht, bin jetzt zurückgegangen und wir machen jetzt nur... Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn die Gewinner des Barons... So, gehen wir mal bitte in den Rückenbillen. So, gehen wir erstmal, weil wir, ich habe gesehen, dass wir ein neues Schwert umstraften können. Stärkere. Und jetzt gucke ich mal, ob man das machen könne. Kannst du eine Waffe nach diesem Schema anfertigen? Hoffentlich kann das machen. Wenn nicht, dass wir ein starkes Schwert haben. Boah, ich habe jetzt richtig ein starkes Schwert. Und nicht. Nicht mal. Ja, nicht. Wow, ich will mal das hin, ey ey ey. Und jetzt schwebt man, das ist ziemlich schnell hinten. Bis dann. So Leute, wir haben einen starken Schwerpunkt nur gemacht. So, dann haben wir zwei starken Schwerpunkt. Jetzt hoffen wir, dass es morgen wieder geht. Ich habe noch mal die Schwerpunkt zu tun. Dann haben wir auch noch die Schwerpunkt zu setzen. So, dann haben wir das. Wir haben einen starken Schwerpunkt. Guck mal, ob wir mal ein paar Dach erfahren, wenn das möglich ist. Was denn? Weil es beim letzten Mal war ein bisschen speziell. Ich seh mich um. Vielleicht suche ich mir was um. Verlegnen, reparieren, gehen wir mal. Ah, das reicht immer mal. Ja, das geht gut. Okay. Die Schwerder sind mir nach einem Kino. So, dann können wir die noch gucken. So, dann gehen wir mal gucken, ob es jetzt besser im Schweren geht. Beste. Wie ist denn meine Muskeln? Warte, warte. Weil ich habe jetzt eine sehr starke Waffe gekauft. Oh! So. Wollen wir lieber ins Auto? Wir bauen. So, dann hoffen wir, dass wir jetzt vielleicht eine bessere Chance haben. Ich habe zwei starke Waffen, bisschen. So, dann müssen wir noch Spalten bekommen. So, jetzt medizieren nur jetzt. Und jetzt hoffen wir, dass wir das noch besser befreundet haben. Tut schon weiter drin. Grün. Gut. Was ist das? ja die ersten Abend Leute Wortmann gut Mann was ich denke wir müssen genau müssen immer reden Lykantropie kann jeden treffen aber es ist ein Fluch tut mir leid ich muss du verstehst nicht ich liebe ihn fast hat er mir gehört da bist du gekommen verschwinde lass uns in Ruhe erst wenn ich weiß was hier vor sich geht genau ich liebe ihn seit ich denken kann auch als ich sein Geheimnis erfuhr ok du du wusstest es dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte ich wusste es und es war mir egal aber du hast Hannah gewählt ok ich wollte dass sie dich sieht sie hätte dich verlassen und wir wären zusammen du hast sie hier gebracht in jener Nacht und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund oh mein hässlich ich hab's für uns getan sie sollte nur sehen wie du dich verwandelst ich wollte ihren Tod nicht glaub mir ich glaube dir nicht und ich töte dich willentlich zum ersten Mal überhaupt ok du wirst niemanden töten nie wieder nein tu ihm nichts verschwinde bevor ich meine Meinung ändere auf oh ne scheiße oh man ich hätte einen Card um warum hab ich das Alter nicht gemacht ok jetzt war es im Endeffekt dann war es dann mache ich die Anna glaube ich lass ihn Moment hoffentlich wir können nicht ganz von vorne anfangen sonst werden mehr Frequenzen es wird mehr Frequenzen hm 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 na ist zwar glaube ich ja ich hätte eine Ruhelage für mich besser gewesen ja das wäre glaube ich besser gewesen aber jetzt tun wir es jetzt noch mal nachher und dann tun wir es ihm zeige was man kann gar nicht nein 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 genau nein 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 Was ist das? Oh, jetzt geht's schneller, aber jetzt helfen wir uns. Oh, jetzt ging's schneller. Nein! Halt! Tu ihm nichts! Ich denke, wir müssen reden. Genau. Es ist Nielen. Lykantropie kann jeden treffen, aber es ist ein Fluch. Tut mir leid, ich muss... Du verstehst nicht! Ich liebe ihn! Fast hat er mir gehört, da bist du gekommen! Verschwinde! Lass uns in Ruhe! Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn seit ich denken kann, auch als ich dein Geheimnis erfuhr. Du, du wusstest es, dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte. Ich wusste es und es war mir egal, aber du hast Hannah gewählt. Okay, oh Gott, das ist gut. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht, in jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Oh man, heftig. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht, glaub mir. Ich glaube dir nicht. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Okay. Das geht nur euch beide etwas an. Ich misch mich da nicht ein. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, töte ich dich. Nein! Erbarmen! Du hattest kein Erbarmen mit deiner Schwester. Und ich hab keins mit dir. Mann, das war ein bisschen Haka. Ich hab dir gesagt, ich bring dich um. Ich weiß, was du gesagt hast. Tu es. Wenn du den Tod willst, such dir Zügel und einen Baum mit starken Ästen. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich war immer ein Feigling. Bitte. To do it. Okay. Mann, da. Wah. Mann. Wenn man ja den Schlüffeln hat. Guck mal, ob man den Schlüffeln hat. Vielleicht passt der Schlüffeln. Oh yes. Das war nicht schlecht, Leute. Dann schauen wir mal, was wir gekriegt haben. Die Jagd. Oh, ne. Ich bin nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ja. So, jetzt schauen wir mal, was wir für Quäste haben. Schönen. So, nehmen wir mal mit. Oh, die, die krecke, oh ne. Ah, das sind die Arme, die braucht. Ja, ich setz mal Sache, jetzt gehen machen wir die Niska, jetzt gehen wir in die Niska. Ich mach jetzt mal die Niska hier. Zum Scheidere Kreide. Das ist ein Mann, dann gehen wir mal weg. Das ist ein Mann, dann gehen wir mal weg. Oh mein Gott. Ich bin schneller. Ja, gibts mal mit Bresak weg. Suchen wir. Na, die machen wir spät. Mann, da wollen zählen wir alle. Ja, das ist schon heftig, wenn ich noch so fällig bei ihm finde. Gehen wir mal gucken, ob irgendeine Unbekannte... Okay. Warte. Oh mein, das ist nie... Langer Weg, halt nicht. Vielleicht finden wir ja nochmal. Bis man da unterwegs sind. Langsam. Ah, das ist eine Schnellreise. Lassen wir schnell reisen. Lassen wir schnell reisen. Ah, jetzt machen wir weiter. Die Niska hat ein Verbindung. ist ein langer Weg in ich will nur noch nicht nur nur noch gut nun n worten und und nichts Wir hatten nichts zu essen, also habe ich ihn aufgegeben. Ah, das ist ein Weg. Da habe ich mich immer nachgeguckt, wo ich bin. Ja, aber noch mal, da wäre ich das Ding nicht so. Ich muss mich gar nicht verbinden. Ich kann nur noch einen Leute mögen, die ihnen was. Ich kann nur noch einen Leute mögen, die ihnen was. Halt! Hände! Aua, Leute! Warte mal, ich weiß nicht, ob ich noch... Wir haben jetzt noch ein paar Gewürze und können eine Kugel verkaufen, aber nicht. Wir haben nur noch die Gewürze. Wir brauchen immer ein komisches Gewürz, das ging aber das hier. Wir brauchen immer noch die Kugel in der Kugel. Ich weiß nicht, ob wir damit noch die Kugel herstellen können. Oh, man. Ich habe es nicht mehr damit. Ich hab das nicht mehr damit. Ich dachte, ich habe es nicht mehr damit. Ich habe es nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr mit den Tanten. Oh, nein. Oh, meine ich. Ja, ich habe einen Moment für die Pratition, auf den Ballen gelegt. Ich habe einen Moment für den Ballen gelegt. nur nur und die Sender schon gut Ich weiß nicht, wie ist die denn? Dann bräuchte man noch Edel-Leder-Stück. Wenn man weiß, dass... Uh! Ne, das Ruhplatt, ne? Ne, 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 ne... Wo geht's jetzt vielleicht? Die ist hammer, wenn man die krigen. Wo alle die ist hammer. Aber ich sage mal, die Mission, die wäre, in der nächste Woche. Euer Peter.